Er ist sicher der grösste Frauenzwarm, aber ich musste viel mehr angreifen und war wahrscheinlich viel erfolgreicher. Er hat einfach immer gewartet. Deshalb nehme ich das auf mich. Ja, dann geben wir ihn. Ja, wahrscheinlich. Das ist auch gut für mich. Das ist definitiv er. Er hat eigentlich den Namen der Drache. Manchmal dreht er gerade ein bisschen im Roten. Aber es ist gut. Darum ist er auch für unsere Mannschaft wertvoll. Ja, da kann ich nichts dagegen sagen. Das nehme ich auf mich. Ja. Aber er kommt. Ja. Er ist ein Kämpfer. Eigentlich bin ich besser ausgedruckt. Und bei. Ja. 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 Und bei bei so einem Auto fahren. Hat es noch Potential bei mir? Er ist der Fashion Guy schon. Nein, nein. Doch. Früher habe ich auf. Jetzt bin ich auf. Sicher schon. Nein, ich bin nicht zu. Ich denke, das ist nicht so. Jetzt tut er wieder einen Tiefstapler. Ohne zu sagen. Definitiv der Fashion Guy. Früher lief ich auf der Tafel, gut, jetzt glaub ich es. Er war eben lange immer noch Singling, darum hat er sich immer noch Mühe gegeben. Und ich habe eben immer Dach und Fach gemacht, dann ist er immer wieder so gut.